Das hier ist Shamin und er hat mir auf den Malediven beigebracht, wie man richtig malt. In der Schule war ich wirklich sehr schlecht beim Malen und meine Lehrerin hat mich auch nicht wirklich motiviert weiter zu malen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie zu meiner Mutter gesagt hat, Attil hat es einfach nicht drauf, er kann nicht malen. Aber nach 20 Jahren sehen wir hier, dass ich es vielleicht doch drauf habe. Was meint ihr? Ist mein Bild gut geworden oder nicht? Und folgt auf jeden Fall auch Shamin Art hier auf TikTok.